Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute hergekommen sind zu einem ganz exklusiven Gespräch mit Christian von Albensleben. Ich begrüße auch unsere Gäste draußen im Stream, die uns in der virtuellen Welt zuhören. Ich freue mich besonders, dass auch Helga von Albensleben bei uns ist, sich vielleicht auch noch mal zu Wort melden wird. Und natürlich freue ich mich, dass du gekommen bist, Ulrich Hüther. Ja, Christian von Albensleben ist für mich ein ganz besonderer Fotograf. Das hat mindestens zwei Gründe. Der eine Grund liegt in seinem Werk. Es liegt aber auch, man könnte sagen, gewissermaßen in der Person. Nämlich insofern als Christian von Albensleben der erste Fotograf war, der sich 2012 entschlossen hat, unser gerade neu ins Leben gerufenes Label Archiv der Fotografen zu unterstützen und zu sagen, ja, ich gebe mein gesamtes Werk an die Deutsche Fotothek. Das hat uns natürlich enormen Auftrieb gegeben. Das hatte Signalwirkungen. Viele andere sind gefolgt und insofern, Herr von Albensleben gehören sie zu den Urvätern des Archivs der Fotografen. So könnte man es formulieren, wenn man nicht auf das Alter abzielt. Aber was mich natürlich mindestens eben so beeindruckt, ist tatsächlich das fotografische Werk und vor allem seine Vielseitigkeit. Das ist wirklich unglaublich. Man könnte sagen, er macht alles, aber vor allem er kann alles. Das ist das Faszinierende. Dieses mühelose Wechsel zwischen angewandter und freier Fotografie, zwischen Werbung und Kunst, zwischen Mode und Kochkunst, zwischen im Grunde allen erdenklichen Themen. Ich will jetzt gar nicht alles vorwegnehmen, sondern dazu werden wir mehr hören. Zu den Arbeiten, die mich gleich am Anfang 2012 am meisten beeindruckt haben, gehörte in der Tat vom Beginn an diese Serie Meeresfrüchte, über die wir heute reden, weil sie einfach gleichermaßen schön ist und auch schrecklich, inhaltlich. Und das ist genau dieser Reiz, über den wir dann hoffentlich noch mehr erfahren werden. Das Rauskitzeln wird dankenswerterweise Ulrich Rüther übernehmen. Es war, als ich Christian von Albensleben fragte, mit wem können Sie sich denn ein Gespräch vorstellen, war die Antwort sofort Ulrich Rüther. Das freut mich schon deshalb, weil wir uns auch schon sehr lange kennen, aber auch, weil du natürlich das Werk sehr gut kennst seit vielen Jahren. Du bist freier Fotohistoriker in Hamburg tätig, schreibst über Fotografie, du unterrichtest, du hast für verschiedenste Museen gearbeitet, unter anderem auch für die Stiftung Gundlach, unsere wichtige Partnerinstitution. Und du betreibst ein Büro für Fotofragen. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, denn heute bist du der Fragende. Und ich bin sehr gespannt auf die Fragen und auf die Antworten und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Jens. Ja, danke. Ja, dann sage ich auch mal herzlich willkommen in die Runde hier in der Lounge und wo auch immer jetzt zugeschaut wird. Ich bedanke mich auch für die Einladung, freue mich auch sehr, hier zu sein. Freue mich auch mit Ihnen, lieber Christian von Albensleben, noch mal ganz öffentlich offiziell zu sprechen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns über Ihre Arbeiten unterhalten. Und was man vielleicht noch sagen muss, dass hier seit April, glaube ich, die Serie die Meeresfrüchte ausgestellt werden. Deshalb haben wir den Termin hier heute Abend auch in der Lounge direkt gemacht. Das heißt, man kann es jetzt kaum sehen. Ein Bild hängt hinter uns, aber insgesamt sind es, glaube ich, 15 Motive aus dieser 23-teiligen Serie, die hier schon vielleicht ihre Liebhaber gefunden haben. Und dass es eben ganz bestimmte Meeresfrüchte sind, das sieht man auf den ersten Blick. Es sind sehr besondere Stillleben, die hier zusammengestellt wurden. Und darüber wollen wir sprechen. Vor allen Dingen, wie ist die Idee dazu entstanden? Wie sind diese Bilder dann weiterentwickelt worden? Und natürlich auch, warum hängen sie jetzt hier? Also noch mal ein ganz großes Willkommen, lieber Christian von Albensleben. Danke. Und ich hoffe, wir haben ein kurzweiliges Gespräch, das wir dann denke ich auch ab einem gewissen Moment dann öffnen, wenn sich aus dem Publikum noch weitere Fragen ergeben. Also es sind hier an der Wand oder an den Wänden 23 farbkräftige Stillleben zu sehen. Und es sind Objekte, die ganz präzise, prägnant, kostbar inszeniert sind, wie sie das auch mit anderen Präziosen wahrscheinlich perfekt machen könnten. Nun ist auf den ersten oder auf den zweiten Blick dann doch relativ deutlich, es handelt sich eigentlich erst einmal um Müll, um Fortgeworfenes und dann wieder angeschwemmt ist. Wir müssten jetzt vielleicht noch mal an den Moment zurückgehen, wie diese Serie entstanden ist und wo diese Objekte sozusagen ihnen entgegengeschwommen sind. Ja, also diese Objekte schwammen mir entgegen, die schwammen nicht entgegen, sondern ich bin drüber gefallen quasi. In Rodos auf der Insel in Griechenland, als wir an einen einsamen Strand kamen, an dem nicht aufgeräumt wird, da war über eine Strecke von 100 Meter, 150 Meter Breite. Ja, es war alles Müll. Es ist angeschwemmter Müll. Und dann sagte meine Frau, erinnerst du dich, auf der Fähre war ein Schild oben an dem Schiff, da stand drauf, was die Vereinten Nationen erlauben, wie man, also stand sozusagen, welchen Müll man in welchen Abständen entsorgen darf auf dem Meer. Kleine Teile bis zu drei Meilen, mittelgroße Teile bis zu zehn Meilen und Kühlschränke ganz weit draußen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist ein Ergebnis. Das andere Ergebnis, dann fiel uns ein, dass wir auf Zakintas in Griechenland waren, Jahre vorher, und wir sahen immer Lastwagen, die an uns vorbei durch die kleine Ortschaft fuhren, einen Hügel hinauf und kamen wieder zurück. Und ich konnte aber nicht sehen, was sie transportieren. Wir sind ihnen gefolgt und oben an der Kante sahen wir, dass sie rückwärts an die Küste fuhren und den Müll, das war 1988, den Müll rückwärts, das Cliff runter ins Meer warfen. Und das sind so Erinnerungen, die dann in Rottos einfach wieder auf mich kamen. Tja. Waren Sie in Rottos einfach um sich zu erholen oder haben Sie dort auch gearbeitet? Wir haben in Rottos gelebt, wir hatten ein kleines Haus dort und wir hatten überlegt, ob wir in Deutschland und in Griechenland arbeiten. Technisch war das problematisch, weil es dort keine Labore gab. Wir sind ja analoge Fotografen und wir haben dann beschlossen, eigentlich nur dort zu bleiben, um die Insel zu erkunden. Und ich habe Olivenbäume fotografiert, die Ältesten, die auch zusammen mit diesen Bildern ausgestellt wurden in Lübeck in der Kunsthalle St. Annen, wo Sie eine wunderbare Rede Gute gehalten haben, aber mit FC Gundl. Das war glaube ich 2009. Und dann waren die Bilder in einer Größe zwei Meter hoch. Und sie sind ja von einer wunderbaren Detailfreudigkeit. Das liegt daran, dass ich sie mit Großbild auf einem Lichtkasten mit Ringblitz medizinisch exakt fotografiert habe, um einfach das zu begreifen, was da passiert. Es gibt diesen Puppenschuh zum Beispiel. Der Puppenschuh ist nur so groß gewesen. Jetzt ist er größer. In den zwei Meter großen Bildern ist er entsprechend so groß. Und Sie sehen in dem Puppenschuh Organismen, weil der ein bisschen unter Wasser war, schon für einige Zeit, ich weiß nicht wie lange, Organismen, die sich dort gebildet haben. Kleine Schnecken und winzige Tierchen, was weiß ich. Und ich habe diese Teile so fotografiert, wie ich eigentlich auch ein Produkt, darf ich das im Fernsehen jetzt hier sagen, oder so eine Becksbierdose oder eine Coca-Cola-Flasche. Ich bin ja mit all diesen Sachen über Jahrzehnte vertraut gewesen. Und ich habe sie so fotografiert, dass sie schön und wunderbar aussehen, so als wäre es ein Stück von Swarovski oder eine Rolex oder ich weiß nicht was. Das ist eigentlich der Sinn dahinter gewesen, eben nicht den Müll, die Müllberge zu zeigen, sondern eine Aufmerksamkeit auf diese Früchte des Meeres, die ungewollt unsere Welt verunreinigen. Ja, das sind wir schon beim dritten, vierten Schritt. Also ich habe jetzt verstanden, das ist so ein Rückzugsort gewesen, wo man sich vielleicht erholt, wo man wirklich entspannt. Aber der Fotograf sieht ja immer und hat am Strand oder in beiden sind diese Objekte immer aufgefallen. Aber dann war ja wahrscheinlich noch nicht die Idee sofort da, daraus wird eine Serie und wir nehmen das Ganze dann mit in die Koffer zurück nach Deutschland, sondern was war die Initialzündung? Nein, das war schon. Es war von Anfang an eigentlich auch so die Initialzündung. Ja gut, das fängt sehr, da muss ich ganz weit zurückgehen. Initialzündung war 1972, The Global Report to the President of the United States of America. Und den bekamen wir in die Finger und haben dann diesen Report gelesen und haben gesagt, oh Gott, was passiert mit der Welt und so? Und was können wir tun? Wir können nicht viel. Wir können einen Ziegelstein ins Klo tun, damit nicht so viel Wasser verbraucht wird. Aber ansonsten, was The Global Report sagt, das italienische Klima wird im Jahr 2000 im Norden sein und wir sind dann sehr zufrieden. Wir waren also sehr oberflächlich und dann waren wir auf Hawaii, haben dort gearbeitet und dort zum ersten Mal an der Waikiki Beach abends zwischen den großen Hotels, wo die Menschen an ihren Tischen draußen mit Fackeln sitzen und Hula-Musik hören und trinken und essen und rauchen. Da sahen wir dieses Plätsche, türkise, dunkle Wasser, was schon kam, so und am Rand war es alles weiß. Und ich dachte, ah, das ist ja ein kleiner Schaum, der sich da gebildet hat. Wir treten an diesen Rand heran und zwar ein so breiter Rand von weißen kleinen Filtern von Zigaretten. Und zwar die Zigaretten, die die Leute dort tagsüber und auch abends rauchen. Mentholzigaretten wahrscheinlich. Die Filter, das Papier ist abgelöst und da schwammen nur diese Filter. Und da wurden wir allmählich kritischer. Dann kamen wir am BSE und dann habe ich ja das apokalyptische Menü gemacht. Das hatte zu tun mit der Verwahrlosung eigentlich, all unserer Lebensmittel in der Herstellung. Und so hat sich das fortgesetzt und deshalb habe ich natürlich immer ein sehr offenes Auge für solche Dinge. Und dann macht es einfach nur so. Und dann, als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, Helga nahm diese blaue Flasche zum Beispiel hoch. Das könnte eine Delialflasche gewesen sein. Und sie sagt, sie hat sowas Kosmetisches und irgendwie ganz irre. Und dann haben wir sie genau angeguckt und dann habe ich gesagt, dann fanden wir, wir nehmen die Sachen mit nach Hause. Und wir fotografieren sie im Studio und machen sie perfekt. Also es waren zufällige Fundstücke. Man kann das ja vielleicht nochmal erklären. Also das sind Reste eines Radios, sind Glas- und Holzstücke. Vor allen Dingen ist es eben Plastik oder man muss sagen Kunststoff ja eher. Plastiktüten, eine Wäscheklammer ist dabei, sehr bizarr. Es sind die Reste eines Arbeitshangschuhs, den man erkennen kann. Dann ein Feuerzeug, auch speziell den Puppenschuh, haben wir schon erwähnt. Dann sehr künstlerisch sozusagen die Reste einer Luftmatratze, die ich von hier erkennen kann. Und ganz besonders ist eben der Flipflop und das Netz, was wirklich diese sehr bizarre Form hat. Und wir sind natürlich heute in einem anderen Bewusstsein. Wir reden über die Dinge anders. Wir wissen, dass diese Stoffe eben hunderte von Jahren brauchen, bis sie sich setzen. Auch eben Zigarettenfilter gehören ja auch dazu, die eben auch überall zu finden sind mittlerweile. Die eben lange, lange brauchen, bis sie sich dann komplett aufgelöst haben oder kaum aufgelöst haben. Und dieses Bewusstsein, das sich in den 70er Jahren dann bei Ihnen eingestellt hat, ist natürlich auch ganz spannend. Dann nochmal zusammenzubringen mit der Tätigkeit eben genau Mentholzigaretten auch in die perfekte Form zu bringen, zu fotografieren und in diesem Widerspruch dann einfach auch zu leben. Wie haben Sie das damals schon bemerkt und ausgehalten? Ja, ich bin ehrlich, ich war sehr blind zwischendurch und kann man jetzt rückblicken, muss ich das sagen, muss ich das zugeben. Ich war natürlich mehr fasziniert, für Reno zu arbeiten, auf die Malediven zu fliegen, dort ein Doni umzubauen zu einem Schiff mit weißem Schiff, mit einem weißen Segel, was wir aus Bettlaken gemacht haben und dort zwei Wochen lang herrliche Fotos zu machen. Und das ist im Nachhinein natürlich schon ein Problem. Aber es ist, ich habe immer versucht, also in diesem Fall, es ist eine Katastrophe, aber ich habe doch versucht, in meiner Arbeit in der Werbung nicht alles zu machen. Ich war nicht käuflich in dem Sinne. Also ich habe, als ich für De Beers Platin fotografieren sollte, ich dachte, wir haben jetzt ein neues Produkt, Platin, können Sie einen schönen, diesen Ring fotografieren? Und Sie müssen sich vorstellen, der ist so kostbar, da werden eine Million Kubikmeter Erde bewegt, um an dieses kleine Platinstück zu kommen, um daraus diesen Ring zu machen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ja, warum machen Sie? Das können Sie sich doch nicht erlauben. Ich sage doch, ich erlaube mir alles. Also das mache ich nicht, weil ich finde das auch schön. Aber daraufhin habe ich für De Beers nie wieder gearbeitet. Aber das war dann vorbei. Das ist egal. Ich glaube, das ist jetzt auch ein Moment, wo wir vielleicht noch mal ganz kurz, also wirklich kurz, die Biografie Revue passieren lassen, weil, glaube ich, nicht allen klar ist, wie Sie an den Punkt gekommen sind, für diese Unternehmen, für diese Auftraggeber diese Punkte zu machen. Vielleicht kann ich das kurz übernehmen und Sie noch mal kurz vorstellen. Also Christophin Alvensleben, 1941 in München geboren, sehr früh sich dann auch der Fotografie verschrieben. Die frühesten Aufnahmen, das sind auch schon spannende Serien, die Sie dann mit einer Kodak-Box schon gemacht haben. Es gibt auch hier in der Fotothek im Archiv genau diese frühen Serien mit Hubert Fichte zum Beispiel oder ein Aufenthalt in Mosambik, den Sie als junger Mann gemacht haben. Das stand alles, bevor dann eben wirklich das Studium kam, Sie nach London gegangen sind, um dann in Deutschland dann wirklich bei verschiedenen Fotografen, aber vor allem bei Kahn, sich sozusagen das Sehen noch mal zu vervollkommen, um dann sich als freier Werbefotograf und Fotodesigner dann auch eben diesen Ruf zu erarbeiten. In Hamburg. In Hamburg, genau. Also heute leben Sie in Bad Oldesloe, also immer noch norddeutsch geprägt. Alles Hamburg. Alles Hamburg, Metropolregion, wie das so schön heißt. Aber Sie sind natürlich in Ihrer Zeit als aktiver Werbefotograf durch die ganze Zeit gechattet, geflogen. Sie waren wahrscheinlich mehr unterwegs, als dass Sie tatsächlich vor Ort waren. Und deshalb können wir vielleicht von da aus noch mal den Bogen zurück zur Insel Rhodos machen. Das war dann irgendwann auch ein Rückzugsgebiet. Und mit diesem Wissen des vielen Reisens und eben auch dem Präsentieren von Konsumgütern und wirklich in perfekter Form Dinge für Magazine, für Zeitschriften, für Kampagnen einzurichten, ist dann um 2003, glaube ich, haben Sie mit dieser Serie begonnen. Vielleicht so ein Umdenken dann auch passiert. Ich meine, die frühesten Dinge haben Sie ja gerade berichtet, waren schon in den 70er Jahren, sozusagen auch das über Nachdenken. Aber ist das sozusagen auch eine Serie, mit der Sie dann anfangen, vielleicht das, was Sie in den Jahrzehnten vorher alles aufgenommen haben, noch mal anders verstehen wollen, auch für sich? Ja, das habe ich aber auch vor diesem Zeitpunkt bereits so verstanden. Also man wird hier älter und man lernt dazu und macht sich mehr Gedanken und wird vorsichtiger und geht zarter mit Sachen um. Und das war nicht unbedingt der Wendepunkt. Also der Wendepunkt war schon das apokalyptische Menü. Wir können natürlich auch über das apokalyptische Menü noch mal sprechen. Das kann jetzt natürlich gezeigt werden, aber man kann es dann ja im Archiv sind die Bilder ja alle drin. Das ist tatsächlich auch ein großformatiges Mappenwerk in Schwarz-Weiß, auch in einer bestimmten Technik. Auch das ist da vielleicht ein Thema, über das wir noch sprechen können, wie bestimmte Serien in eine Form gebracht werden, welche besonderen technischen Mittel Sie da verwenden. Wie kam es zum apokalyptischen Menü 1992? Ja, ich hatte, das war kurz bevor BSE passierte. Da war ich in Italien und habe bei einem Fotografen Marchesi für Time Live eine Reportage machen über seine Küche, über sein Zuhause, über seine Familie. Ich habe auch fotografiert, war mit ihm sehr eng zusammen. Er sagte zu mir, ach, ich muss jetzt in die Meiländer Skala morgen und ich habe hier eine Menükarte schon vorbereitet. Seit Wochen arbeite ich daran, dort sind irgendwelche Dante-Festspiele und da mache ich ein großes Menü, passend zu Dante natürlich ein apokalyptisches Menü. Ich hatte vorher immer die Idee und Helga, meine Frau, sagte zu mir, warum machst du nicht mal Food, also Essen, Fotos in Schwarz-Weiß. Und irgendwie machte es Klick, ich habe gesagt, da ich durch meine Arbeit auch mit Köchen um die Problematik wusste von den Produkten, die von der weiten Welt eingeflogen werden und die chemisch bearbeitet sind und so weiter. Viele Köche waren zu dem Zeitpunkt bereits sehr stark daran interessiert, regionale Produkte zu verarbeiten und saubere Dinge zu machen in ihrer Küche. Und da hatte ich das Gefühl, ich muss mich auf diesen Zug werfen. Und dann kam BSE und dann war das plötzlich die absolute Apokalypse. Ich weiß nicht, ob vielen den Jüngeren sagt BSE wahrscheinlich heute nichts mehr. Jedenfalls habe ich dann ein Menü fotografiert wie eine Menükarte. Es geht los mit dem Gedeck, das ist ein Soldatenbesteck, das ist der Löffel mit der Gabel. Das war übrigens das letzte Bild, weil ich sah dieses Soldatenbesteck und sagte, das ist der Aufmacher, das ist der Anfang. So decke ich den Tisch. Vier vor zwölf. Und rückt diese Gabel etwas raus und sagt, es ist vier Minuten vor zwölf. Und dann geht es los mit dem Wasser, mit Wein, mit Brot und bis zum Nachtisch. Brot, Wasser, Wein, Muscheln und Krebse. Ja, Muscheln, das sind die Muscheln und Krebse und Schalentiere. Genau. Ich habe es extra notiert. Das Massengrab der Schalentiere nannte ich das. Und ich habe einen Kalbskopf, den hat mir ein Koch aus Bayern geschickt, ein abgetrennter Kalbskopf. Der kam gekühlt bei mir im Studio an und ich habe ihn auf Sackleinen, auf ganz einfachen, groben Sackleinen fotografiert. So wie das Sackleinen bei der Peste in Wien, in dem die Menschen eingeschlagen wurden, mit Kalk beworfen, wenn Massengräber kamen. Und ich habe also wenigstens sehr, sehr viele, es passiert viel. Also wenn wir das Menü nochmal zu Ende durchgehen, gab es den Fisch, dann gab es Huhn und Eier, dann kommt das Fleisch, dann kommt das Wild, Gemüse, Pilze, Milch und Käse. Also wir sind da schon am Ende und dann am ganzen Schluss das Obst. Das Obst, Plastikäpfel. Genau, das ist natürlich auch böse. Es ist ein böser Kommentar, weil es eben schwarz-weiß ist und man würde ja eigentlich immer sozusagen... Man sieht nur die Naht des Plastiks. Genau. Meine Frau sagte zu mir, wir arbeiten so eng zusammen, dass da so viele Ideen sowieso auch von hier kommen. Also es ist nicht, wir sind ein Team. Eigentlich sitzt du die ganze Zeit hier auch zwischen uns. Ja. Und sie sagte, warum nimmst du nicht Plastikäpfel? Ja. Und es gibt so diese dekorativen Dekoräpfel für das Schaufenster. Also jetzt ist Frühling oder jetzt ist Herbst meine ich. Da wird da so ein künstliches Herbstlaub in die Warenhausfenster getan. Da werden Äpfel reingestreut und natürlich Plastikäpfel. Hat man das damals verstanden, was Sie da gezeigt haben? Ich meine, es ist ja... Ja, Sie haben es verstanden. Und zwar, ich glaube schon, weil das ist auch außerhalb Deutschlands, also in Europa, in Frankreich. FNAC hat das in Paris ausgestellt und die FNAC-Leute sagten, wir haben, ich weiß nicht, Helge, wie viele Besucher? Viele. Viele. Tausende, zigtausende, hunderttausende. Dann in Bordeaux, in der Goethe-Institut in Bordeaux. Dann habe ich es ausgestellt, da war es der einzige deutsche Beitrag bei der Biennale della Fotografia Italiano. In Sparta, Aqua Sparta, in Turin und in Milano. Man kann diese Serie aber eben auch 30 Jahre später ohne Probleme zeigen, weil das einfach bis heute ja ganz aktuelle Probleme sind. Die Verschwendung von Lebensmitteln, die Missachtung der Produkte, aber das eben in ganz feinem Schwarz-Weiß und mit einer besonderen Technik ja auch aufgenommen. Ja, ich habe die fotografiert mit einer, ich habe jetzt heute nicht mehr, aber ich hatte so, ich habe noch eine Kamera, aber es gibt das Material nicht mehr. Es gab da die Polaroids zum Abziehen. Da hattest du das Polaroid und da hattest du ein Negativ. Das konntest du fixieren, ein bisschen wässern und so schön vorsichtig trocknen und das konntest du als Negativ benutzen. Hat an den Rändern natürlich so diese ganzen Reste, diese Haptik des Papiers, des Polaroids. Und das kommt natürlich mit aufs Bild, weil das ist so ein Stück Zeitgeschichte der Fotografie auch, was das Material und die Technik angeht. Und diese Bilder haben wir vergrößert zusammen mit Nino Mondi, einem Inde, der in der Stiftung Gundlach, ich glaube in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, bei PPS hat er angefangen, Dye Transfer zu machen. Das heißt, selbst ein Schwarz-Weiß-Foto wird gedruckt, in diesem Fall das Apokalyptische Mühle mit 15 Matrizen. Das heißt, ganz bestimmte Farbwerte werden aufgenommen, werden aufgewalzt, aufgebracht, werden vorher natürlich in Rot, in Grün, in Magenta, was weiß ich, getaucht und wird aufgerollt. Und es gibt später wieder das Schwarz-Weiß-Originalfoto, aber es hat eine unglaubliche Dichte. Und es gibt den Fotografen Irving Penn, der hat zu der Zeit fast alle seine Arbeiten dort gemacht. Wir haben einen kleinen Brief von Irving Penn bekommen. Der hat als Dino Mondi dann mit dem apokalyptischen Menü, mit dem Buch, das Peter Schmidt entworfen hat, das wollten wir in super Form haben. Also ganz ein Coffee-Table-Buch, das hat uns enorm viel Geld gekostet. Wir haben es jetzt bezahlt, der Verleger hat gesagt, dafür muss ich 200, 300 Euro nehmen. Wir haben gesagt, nein, 128 D-Mark, das ist das Gericht bei Scherrer oder sonst wo, bei einem Drei-Sterne-Koch heute mit Wein und so weiter. Und so viel darf es nur kosten. Den Rest haben wir bezahlt. Naja, das Ganze ist ja ein ganz strenges Konzept. Solche Sachen haben uns immer viel Spaß gemacht. Und dieses Buch hat Penn gesehen und hat uns einen kleinen Brief geschrieben und sagte, er wäre sehr dankbar, dass er dies gesehen hat. Jetzt er kennt Dino, er kennt die Arbeit, er kennt die Technik, aber wir geben ihm eine Idee auch für seine Arbeit in Zukunft. Das ist natürlich ein großes Lob, kann es nicht geben. Natürlich, wir sind mittendrin in den analogen Zeiten, noch weit entfernt von den Meeresfrüchten, zu denen wir immer wieder zurückkommen. Aber was eben, glaube ich, beim apokalyptischen Menü so wichtig ist, dass es eine ganz klare konzeptuelle Arbeit ist. Dass man oder Sie sich auch gemeinsam ganz klar überlegt haben, wie bringen wir die Bilder in eine Form. Also diese zwölf Zahl, also da ist man natürlich... Gleichzeitig. Ja, das sind aber zwölf Essensbilder und das erste ist sozusagen das Auftaktbild. Also eigentlich sind es zwölf Menübilder, zwölf Zahl, Abendmahl oder Kreuzweg. Man kann sich überlegen, was man... Das haben wir nicht dabei gedacht. Und dann eben das Auftaktbild ganz am Anfang. Heute würde man sagen, es ist fünf nach zwölf wahrscheinlich und man könnte... Aber die Mahnung, die diese Serie zeigt, ja bis heute ist aktuell geblieben. Ja, natürlich. Absolut aktuell geblieben. Und als das Buch entworfen wurde von Peter Schmidt, es gab junge Artdirektoren, die ganz toll in Grafik waren, in Schriften, eigene Schriften entwerfen wollten. Und es gab damals auch Hagen Dess zum ersten Mal dieses Alscreme, das amerikanische. Und die hatten eine Werbung mit einer ganz neuen Typografie mit großen kleinen Buchstaben. Und sie sagten zu mir, das müssen wir machen. Und ich sag, nein, bitte nicht. Macht es so klassisch, dass dieses Buch auch in 20, 30, 40 Jahren immer noch einfach ein klassisches Buch ist. Ein Appenberg. Eine klassische Typografie und so weiter. Und so ist es dann auch gewesen. Und na ja. Hat eine Auflage von tausend Stück gehabt. Tausend Stück. Wäre vieles heutzutage, würde man sagen. Damals waren natürlich noch ganz andere Auflagen auf dem Buchmarkt möglich. Aber es ist eben ein besonderes Buch, das eben heute auch einen ganz besonderen Wert wahrscheinlich hat. Ja. Oder gibt es noch Stapel im Keller bei Ihnen? Haben Sie davon noch Exemplare? Wir haben wie viel? Ich weiß nicht. Nicht viel. Also es ist ein gefragtes Sammlerstück auf jeden Fall. Ja. Ja. Gehen wir nochmal zurück zu den Meeresfrüchten. Jetzt haben wir sozusagen langen Vorlauf gehabt. Weil da würde es mich dann auch noch mal interessieren, wie denn der Weg von dem Fundstück am Strand zum Bild an der Wand war. Also man hat sich dann gemeinsam geeinigt. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist doch auch irgendwie sehr schillernd, sehr besonders. Und dann wurde das irgendwie zur Seite gelegt, mit in den Koffer gepackt. Ja. Und dann begann die eigentliche Arbeit. Dann begann die Arbeit. Da mache ich keine Arbeit. Das ist absolute Routine gewesen. Weil wir wussten genau und ich wusste genau, wie ich sie belichte und ablichte. Und dann sind wir mit den Aufnahmen. Das sind Dias gewesen. 4x5 inch oder nochmal 12. Und sind wir nach Berlin gefahren zu Rekom. Rekom eigentlich erst nach Stuttgart. Rekom ist jetzt erst in Berlin, seit ein paar Jahren. Die machen für Groski und all diese berühmten Fotografen diese wunderbaren großen Bilder. Die drucken und bearbeiten digital alles, was es überhaupt gibt und so weiter. Aber Thomas Salfrank, ein Freund von uns, der fand die Aufnahmen faszinierend. Und er sagte, wir setzen uns an den Bildschirm. Wir vergrößern sie so, dass wir sie auf Beretta ausdrucken können. Und wir haben sie deshalb dann in diesen riesigen Größen ausgedruckt. Und ich finde es heute ganz interessant, es hier auf diesem Hahnemühlen in den Matten zu sehen. Die Originale haben ein bisschen so einen Glanz, weil sie bei Beretta annähernd an Fotografie sein sollen. Und haben auch eine Faszination, spiegeln allerdings ein bisschen und so weiter. Haben eine andere Haptik, aber vielleicht auch eine uneheliche Haptik für mich heute. Weil es ja wirklich kein echtes Fotopapier ist. Dann finde ich dieses wiederum im Moment besser. Das Matte, weil das kein Vertun und es ist, wie es ist. Aber die Bilder leben natürlich auch von dieser unglaublichen Strahlkraft der Farben. Ja. Und wie ist das erzeugt? Das muss ich noch mal ein bisschen so hinter die Klisten suchen. Das ist nicht erzeugt. Die Farben sind so. Durch das Licht aber natürlich. Durch das Licht und durch das Material. Und wie sind sozusagen die... Also der EPR von... Ich habe meine... meine 4x5-inch, nenne ich sie immer. Meine Planfilme habe ich in großen Mengen gekauft. Ich hatte vielleicht 200, 300 Pakete immer im Block. Ab vorher diese Nummer, die diese Filme haben, die Fabrikationsnummern, habe ich getestet. Die neuen, die es gab. Und habe sie mit meinem Labor, mit dem ich sehr exakt arbeite oder gearbeitet habe, habe das ausgetestet. Und wenn die super neutral waren, dann war das meine Emulsion. Was ich meistens gemacht habe, das ist vielleicht für die alten Hasen der Fotografie, dass ich ja immer einen Tick, eine Viertel, Drittel Blende unterbelichtet habe. Und wir haben sie dann gepusht etwas. Und dadurch kamen eigentlich die dunklen Werte gleich. Aber das weiß wurde weißer. Es wurde alles sauberer. Also... Aber die Objekte lagen... Eine klinige Entwicklung, dann war das so. Aber nochmal zum Herstellungsverfahren. Die Objekte lagen auf dem Leuchtkasten oder das Licht kommt auch von unten? Das kommt von unten, ja. Das ist wie ein Leuchtkasten. Das ist ein Blitzkasten. Ich hatte große Lichtwannen, Blasinggeräte, die konnte ich runterfahren. Ja, die Objekte waren ja zum Teil auch groß. Also man brauchte da ja auch viel Platz. Ja, klar. So ein Fischernetz oder eine halbe Luftmatratze ist ja auch groß. Aber Sie haben sich dann sofort dafür entschieden, die Objekte dann in dieser Serie gleichzuziehen. Ja, klar. Der kleine Puppenschuh wird groß. Die Luftmatratze wird klein. Alles gleich. Es muss alles in das gleiche Format passen. Weil alles hat die gleiche Wichtigkeit und die gleiche Bedeutung im Unglück. Und alles braucht eben Hunderte von Jahren, bis es sich allmählich zersetzt hat. Und die Serie ist ja auch schon an vielen Orten gezeigt worden. Hier hat es natürlich in der Kantine oder hier im Café hat es natürlich nochmal eine besondere Bedeutung, wenn man über Flutidimare nachdenkt und spricht. Aber ich erinnere mich, in Zingst waren die Bilder zum Beispiel groß am Strand zu sehen. Ja, das war interessant, weil in Zingst, das war glaube ich das zweite oder dritte Umweltfestival in Zingst. Das war Klaus Tietke, der sagte, also du musst unbedingt diese Sachen hierher bringen. Und da habe ich gesagt, ich zeige es dir nur, wenn wir sie am Meer zeigen, direkt am Wasser. Und da haben wir ganz große Probleme, auch mit Stralsund, mit dem Meeresinstitut und mit den Umweltleuten dort. Sie sagten, wir können am Meer doch keine Ziele und so und nichts. Wir haben es also hingekriegt, am Strand dann nicht ins Wasser und da waren die drei Meter groß. Und vom Material und von der Verarbeitung hier geben die Bilder das her. Also ich habe ein unglaubliches Detail. Die Leute sind herangetreten und dachten, sie können aus dem Puppen-Schwüttel diese kleine Schnecke raus holen. Und die wird sich dann so groß war, die in Wirklichkeit mit bloßem Auge kaum zu sehen ist. Das hat natürlich eine Faszination, ja. In Hamburg waren die, glaube ich, auch in Leuchtkästen mal ausgestellt. Dann bekommen die natürlich nochmal eine unglaubliche Strahlkraft. Und geraten dann natürlich auch in einen schönen Hauptbahnhof in Hamburg. Ein Problemviertel, St. Georg. Dass ihm ja sehr vertraut ist, das haben wir noch nicht erwähnt. Weil dort habe ich als Fotograf begonnen. Und das Museum für Kunst und Gewerbe war auch in der Nähe, weil die Leute das gesponsert haben und das gerne haben wollten. Und das war ganz schön. Da gibt es Bilder, die haben wir dann mit der kleinen Kamera gemacht. Schnee treiben, die Möwen fliegen über eine weiße, matschige, zum Teil älre Gegend. Und knallbunt sind diese von innen beleuchteten Kästen dort. Sehr verführerisch. Die Faustschläge so aus diesen Abribus-Kästen. Genau. Man muss zweimal hinschauen. Es ist verführerisch. Das ist ja auch die Idee. Und das Spannende ist ja, dass diese Leuchtkästen dann sich in Konkurrenz setzen zu den, sind wir mit Anfangszeichen, normalen Werbe-Leuchtkästen, wo dann eben die Konsumprodukte wieder gezeigt waren. Genau. Und der Besucher dann wirklich ins Nachdenken und ins Straucheln kommt, was er eigentlich sieht. Das war eigentlich der Witz an der Geschichte. Ich habe mal für CD fotografiert eine Seife, die ins Wasser fällt. Die fällt ins Wasser und die ist halb drin und das Wasser spritzt hoch. Das geht natürlich nicht. Wenn ich eine Seife fallen lasse, dann ist sie weg und dann macht sie es einfach hinterher. Also habe ich eine Technik gemacht. Das ist umgekehrt und so weiter. Und das war mein erstes Abribus. Das war eines der ersten in Hamburg, weiß ich noch. Und das hatte ich dann auch in Erinnerung. Diese goldene CD-Seife, das Wasser, was so frisch rausspritzt. Das war, wann war das hier? Ende der 70er. Anfang der 80er. Das ist viel länger hier. Und das war natürlich auch die Idee, jetzt die Ausstellung in Hamburg in diesen Leuchtkästen zu machen. Ja, klar. Also um jetzt vielleicht auch nochmal die Serie abschließend vorzustellen. Das ist ja dann doch eine sehr kunstvolle Form, die minderwertigsten Produkte nochmal ins Bewusstsein der Leute zu rücken, der Betrachter und Betrachterinnen. Also es ist tatsächlich sozusagen ein zeitgenössisches Memento Mori, was sie dort inszenieren. Eine moderne Variante von Endlichkeit. Und das ist natürlich das Spannende, dass sie da nicht als großer Mahner und Aktivist auftreten, sondern mit den Mitteln, die sie über Jahrzehnte trainiert haben, nochmal ganz andere Sensibilisierung hervortasten. Und ich glaube, das gelingt auch hier in der Lounge, dass man eben, wenn man hier seine Pizza oder seine Nudeln isst, vielleicht auch nochmal anders über das nachdenkt, was man hinterlässt. Naja, das, okay, mag so sein. Ich denke, dass man als Student hier in der Lounge eher an seine Arbeiten denkt und seine Noten oder sonst etwas. Wüssten wir die Besucher hier fragen. Aber das Gute ist, dass die Lounge, ich habe schon gesehen, dass es hier kein Coffee-to-go gibt. Ist die Serie abgeschlossen oder sammeln Sie noch weiter? Die ist abgeschlossen, ja. Weil das Kapitel Rodders auch abgeschlossen ist? Nein, das ist es nicht. Also wir haben so ein paar Ideen, die wir noch machen wollen. Noch, weil es bleibt ja nicht ewig Zeit. Aber über die würde ich jetzt hier gerne nicht sprechen, weil wir das nie taten. Wir haben immer überrascht mit neuen Geschichten. Also tut mir leid. Nein, Sie sagen das, was Sie sagen möchten, das ist mir vollkommen klar. Und mir ging es einfach nur darum, ob diese Serie noch weiter wächst, weil sie könnte natürlich beliebig weiter ausgedehnt werden. Aber das ist sozusagen für Sie erschöpfend erschlossen. Sie haben sozusagen die Aussage, die Ihnen wichtig war, hier auf den Punkt gebracht in diesen insgesamt 23 Bildern. Und diese Ausstellung kann man ja vielleicht noch an anderen Orten sehen. Sie wird wandern in verschiedenen Formen ja vielleicht auch nochmal. Aber sie ist eben Teil auch des Archivs in der Fotothek. Und ich finde, das sollten wir vielleicht auch jetzt nochmal zum Thema nehmen, wie diese Bilder hier in der Fotothek recherchierbar sind, wie sie sichtbar sind und wie Ihr Lebenswerk dort eben gezeigt wird. Ja. Also mittlerweile, wenn ich mich durch die Seiten klicke, also es ist einfach, weil Christian von Alwins Leben steht alphabetisch natürlich am Anfang. Also man findet sie relativ schnell. Und dann ist man doch überrascht, wie viele Themen einem da sozusagen entgegen geworfen werden. Also das ist wirklich immer noch eine Überraschung. Auch wenn ich immer glaube, ich kenne Ihr Werk, dann finde ich dann doch immer noch Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Also insgesamt waren es bis vor ein paar Wochen, als ich mich vorbereitet habe, 1700 digitale Bilder, die man dort abrufen kann. Mittlerweile ist es verdoppelt, wie ich jetzt erfahren habe. Tatsächlich alle Serien, die man sich vorstellen kann, also über die wir auch gesprochen haben. Das apokalyptische Menü, die Götterbäume sind dabei, aber eben auch viele Serien, an die sich vielleicht einige Fotokundige ja auch erinnern. Also die frühen Sachen, ob nun die Spur des Leoparden in Mosambik oder Hubert Wichte, Mon Justine, Albert Camus, also die Serien aus den 60er, 70er Jahren, aber dann eben auch People Fashion, wie das alles so schön heißt. Die Sachen, die sie eben auch über Jahre immer wieder in sehr präzise Bilder gebracht haben, bis hin eben zu ganz aktuellen Serien. Also eine aktuelle Serie, die wir zum Beispiel hatten, die eigentlich noch gar nicht groß gezeigt wurde. Wir haben am Wendekreis des Krebses sozusagen, das ist Lanzarote, Fuerteventura und auch der südliche Marokko-Teil gegenüber und so weiter. Da passiert es immer so, dass sich zu einer bestimmten Jahreszeit der Wüstenstaub, der ja eigentlich manchmal auch bei uns hier ankommt, nicht die Farbe hier, aber hat Ähnliches. Also dieser Wüstenstaub vermischt sich mit dieser feuchten Nordostpassat und da gibt es wahnsinnige Wolkenformationen und ganz eigenartige Brechungen im Himmel. Und wir haben dort in drei Wochen Himmel fotografiert und wir nannten diese Serie Haute Couture des Himmels, weil das ein wahnsinniger, wunderbarer, fast modischer Auftritt ist, wie Tüll und Samt und durch die Luft geworfen ist und so weiter. Und diese Bilder haben wir, weil wir auch mit der ESA, mit einem Herrn Verbindung hatten und gerade der Herr Gerst oben war, der ISS, haben wir natürlich jedes Bild betitelt mit einem Raumfahrtprogramm der NASA oder auch der ESA. Und das haben wir in Hamburg ausgestellt. Ist meine Stimme nicht, höre ich nicht mehr. Ist das Mikrofon aus? Ist was passiert? Ich glaube, es geht mal. Alles gut, ja. Okay, Entschuldigung, ja. Und das haben wir einmal in Hamburg nur ausgestellt und auch sehr toll präsentiert. Davon gibt es nur einen Abzug pro Bild. Ja, also hier eben. Also das heißt, wir machen das auch so, dass wir auch von diesen Bildern, von den Originalen, den großen, gibt es nur zwei Abzüge. Ja. Also. Das ist... Und die Wellen auch. Und die sind fast alle in alle Welt verstreut, die Wellen. Das hat das Wasser so an sich. Ich meine, das ist sowieso klar, dass man halt in die Museen, in die Orte, in die Galerien gehen muss, um die Originale zu sehen und dann ein Bild auf dem Bildschirm, den man sich zu Hause abruft, das mit ersetzen kann. Aber diese Wolkengeschichte ist einfach, das ist... Und das war bei uns auch so, dass wir uns sagten, die Himmel zu zeigen bedeutet, den Menschen zu sagen, wir kennen alle Wolken- und Sonnenuntergänge, aber wir sollten häufiger nach oben gucken und dann wieder nach unten. Und heute Morgen habe ich zu meiner Frau gesagt, es ist so, dass wir Menschen immer gegenseitige Feinde sind. Und deshalb gibt es Kriege. Wir bekriegen uns immer und vergessen dabei, dass wir uns selbst die ganze Zeit schon bekriegen. Wir sind unser größter Feind. Das ist ein Resümee für heute Abend. Wir sind aber noch nicht am Ende. Hoffe ich jedenfalls. Wäre das ein Traum für Sie, auch mal sozusagen um die Erde herum zu fliegen und einen nochmal distanzierteren Blick zu bekommen? Nein, das muss ich nicht. Also ich glaube, die Aufnahmen, die die Jungs dort oben machen, die sind schon sehr eindrucksvoll. Sie haben aber, glaube ich, auch die gesamte Welt gesehen. Sie waren, glaube ich, fast überall. Wir waren fast überall. Und es gibt vielleicht noch so die Erlebnisse, die man als Fotograf hat mit seinen Bildern. Es gibt die Geschichte über die North American Native, also North American Indians, aber heute sagt man die American Native Americans. Und da war ich sieben Wochen von Upstate New York bis nach New Mexico nur mit Indianern zusammen. Ich sage jetzt Indianern, weil die haben nichts dagegen. Und wir haben einmal nur bei einem McDonald's gegessen. Ich sagte, ich möchte jetzt mal sehen, wie es ist, wie ist es jetzt im McDonald's für euch und so. Da sind wir reingegangen, haben alle nur gelacht und haben ein McDonald's gegessen und sind wieder rausgegangen. Und haben Sie es fotografiert? Nein, habe ich nicht. Das gelingt? Das war, die Indianer haben einen unglaublichen Humor, die Nordamerikaner. Das ist unglaublich. Also man muss sich vorstellen, man fährt mit einem 18-Jährigen in South Dakota zum Flughafen, will ihn morgens um 5 Uhr in den Flieger bringen. Man hat noch Zeit, geht in die Cafeteria, so wie hier vielleicht. Und man bestellt sich ein Frühstück. Und dann kommt der Waiter und bringt einen Kaffee und irgendwas zu essen für den Journalisten und mir. Die Indianer bringt ja nichts. Und ich sagte der Indianer, what about me? We don't serve Indians. Du sagst, I didn't order an Indian, I ordered a hamburger. Und da, nein, das sind nur solche Sachen. Und da habe ich für eine Zeitung fotografiert, die Akversassene Notes. Die wurde von Johnny Mohawk gemacht, der bei der Washington Post früher gearbeitet hat. Und als Mohawk wieder zurückging in den Norden der Staaten und diese Zeitung dann eben herausbrachte, diese Zeitung wurde von Indianern selbst in Brasilien gelesen. Die wurde dort hingeschickt. Weil über die gesamten indianischen Belange gesprochen wird. Und das Ganze ist 1977 gewesen, muss man bedenken. Und da ist das tollste Erlebnis. Ich habe diesen Rüdiger Nehberg, den ich mir lebe, der ja immer wieder ein Verrückter durch die Welt, zu Fuß und mit dem Schiff oder was weiß ich. Und auch bei dem Nanoyami war. Der kam zurück und ich traf ihn und er sagte, ich habe ein Foto von Ihnen gesehen. Und ich sage, wie denn, ja, da war in dem großen Haus ein riesiger Baumstamm in der Mitte, der das Dach trägt. Und da waren alle Indianer dort und ich war auch dort. Und dann sah ich, da war eine Fotografie oder irgendetwas an diesem großen Stamm. Und da bin ich herangetreten und habe gesehen, das ist ja das Foto, was Sie gemacht haben, vom Ältestenrat der Hopis. Das war ein Centifold, also eine Doppelseite aus dieser Acquisition Denos. Das war wie eine Tageszeitung. Und da habe ich gesagt, toll, war eine schönste Veröffentlichung. Aber es hat nie dazu geführt oder gab es diese Überlegung auch mal sozusagen dann, ich will nicht sagen, die Seite zu wechseln, aber dann eben zu sagen, ich war jetzt doch deutlich, sozusagen als bildjournalistischer denkender Fotograf, auch mit einem größeren Interesse, also politisch gesellschaftlich zu arbeiten. Das haben wir ja im Laufe der Zeit tatsächlich auch so gemacht. Also es gab viele Dinge, die wir dann nicht mehr angenommen haben. Es hieß ja auch immer, Alvens Leben ist sehr schwierig, weil ich eben schwierig war für viele. Er ist sehr teuer. Ich war sehr teuer, weil ich gut. Und die Leute sagten dann, aber er ist sehr gut. Das ist ein Prädikat, da habe ich gesagt, okay, damit kann ich leben. Aber wir sind schon in der Auswahl der Kunden immer strenger geworden im Laufe der Zeit, je mehr unser Bewusstsein buchs. Das ist ganz klar. Und wir haben dann 2005, 2006, haben wir gesagt, jetzt ist Schluss. Und ich habe noch Jahre später von BASF oder von irgendwelchen großen Unternehmungen, Unternehmen Fragen gekriegt, können Sie nicht zumindest einen Geschäftsreport, den Vorstand fotografieren und vielleicht eine Reportage über das Werk machen? Keine unmorales Angebote. Wir haben gesagt, Schluss ist Schluss, war ein Schlussstrich. Ein paar Jahre später rief der Stern noch an und sagte, ach, kannst du noch mal eine Food-Seite? Nein, wir haben ein neues Kapitel aufgeschlagen, ein neues Leben. Ja, und dazu gehört dieses Ziel, dazu gehören die Olivenbäume, dazu gehören All Inclusive, eine sehr brutale Serie über die Zerstörung am Beispiel der Insel Rottos, aber maßgeblich eigentlich für Italien, Frankreich, Spanien, überall, wo Massentourismus ist. Das ist eine Zerstörung der sozialen Werte, der Kulturen und so weiter. Die Serie Archaik könnte man dann auch noch dazu bringen, wie man stark auch mit dem Porträt arbeitet. Also man erkennt auch bei diesen freien Serien, die eben… Großer Nachholbedarf. Ja, aber sie wäre nicht möglich gewesen, ohne den langen Vorlauf… Überhaupt nicht, nein. Und ich, ich, es gibt Leute, die sagen, ja, schämst du dich nicht und du hast Werbung, ich sage, Werbung schäme mich überhaupt nicht. Ich schäme mich für nichts, was ich getan habe. Ich habe es gerne getan und ich habe es mit besten, mit meinem besten Können und ich habe mit viel Freude. Und wir haben immer gearbeitet, so wie vielleicht FC Guntag ja auch immer seine Mode fotografiert hat. Und da kann man ja auch sagen, was ist, wenn ich Mode fotografiere, wo wird sie genäht? Heute sind wir ja viel feinfühliger geworden. Es sind viele Dinge, die wir damals auch nicht wussten und wie man sich, wie jung oder so, das habe ich nicht überzogen. Ja, und umso spannender ist ja jetzt natürlich das Gesamtwerk jetzt in der Fotothek im Schaufenster sozusagen sich anzuschauen. Weil wenn man sich da durchklickt, bleibt man immer wieder auch genau an diesen frühen Sachen hängen. Das kann man jetzt vielleicht nochmal kurz nacharbeiten. Also es sind jetzt eben mittlerweile nicht nur 1700 Bilder aus verschiedensten Serien, sondern eben auch nochmal 1700 Bilder aus dem Werbebereich, Belege, die jetzt auch sozusagen einsehbar sind. Nochmal zwei Schritte zurück. Wie kam es überhaupt zu der Idee, diese Sachen hier in der Fotothek vorzustellen? Was war da aus der Auslöser? Gab es den Auslöser? Natürlich gab es den Auslöser. Es war nicht der Auslöser, dass wir beide uns überlegt haben, was machen wir mit dem Kram, den wir da unser Leben lang angehäufen, das Riesenarchiv. Und wir haben dann doch gesagt, es ist irgendwie schade, wenn das wegkommt, weil ich von Fotografen wusste, die wunderbare Arbeiten haben. Ein Fotograf hat versucht, das sogar zu verbrennen unter Wilfried Bauer. Und andere sind über ihren Arbeiten gestorben und man hat sie nach drei Monaten entdeckt. Die wichtigsten Negative waren im Koffer unter dem Bett von Kahn in München und sind durch die Körperflüssigkeiten des sich zu setzenden Körpers ruiniert gewesen. Die Feuerwehr hat mit Masken das rausgetragen, entsorgt, deshalb gibt es kaum Bilder. Ich habe FC Gundlach drei Abzüge geschenkt, weil ich drei kleine Negative hatte noch, die ich behalten durfte, bin ich nämlich drauf, die Kahn gemacht hat. Ich als Testperson und mit Christoph Hiedler, einem Model damals, die aus Paris kam, sehr berühmt war, neben mir auch. Und die habe ich FC Gundlach gegeben, die sind bei der Gundlach Stiftung, glaube ich. Und Gundlach sagt, es ist so schade, weil Kahn war ein so kreativer und toller Fotograf. Und dann sage ich mir, es ist ja ganz wichtig, weil gerade heute alles immer schneller geht und der Fokus nur noch nach vorne oder für den Augenblick ist, weil vielen Menschen, uns allen bleibt wenig Zeit manchmal, wenn wir das zulassen, zu wenig Zeit, uns um die wesentlichen Dinge irgendwie zu kümmern, nachzudenken, abzuschalten. Und es ist doch ganz gut, wenn man so weiß, in 100 Jahren können die Leute mal so gucken und sagen, Mensch, so war das, so waren die angezogen, so haben die das Glas gehalten. Also es sind zwei Punkte, so haben sie gelebt, so haben sie gedacht und so weiter. Und da passierte Folgendes, da war Sebastian Lux, FC Gundlach, und die sagten, wir haben eine Stiftung, wir versuchen solche Dinge zu bewahren, aber das ist so umfangreich, wir können das nicht alles machen. Wir haben aber einen Teil unserer Arbeit auch abgegeben, zumindest den Verbund an die Universitätsbibliothek, an die Fotothek. Das wäre doch etwas. Und dann bin ich hier mit Helga hergefahren, wir haben uns diesen Bunker angeguckt, ich glaube zwei Stockwerke unter der Erde, wird noch gespeichert und ich weiß nicht, was so gearbeitet, das ist unglaublich. Das war sehr beeindruckt. Und dann habe ich mir gesagt, oder wir beide, das ist ein Ort. Und dann haben wir miteinander gesprochen, dann habe ich gesagt, okay, wir machen notariell, alles geht zu euch, schloss aus. Aber momentan sind erstmal sozusagen das virtuelle Werk. Es sind aber auch von den ersten, also das, was jetzt im Netz zu sehen ist, bis auf die Schwarz-Weiß-Arbeiten, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, da sind nur digitale Daten da, aber das kommt ja alles. Aber ansonsten, alles Analoge ist bereits hier. Und diese ganzen Werbung-Dokumente und die redaktionellen Dokumente, das sind ja laminierte Originalzeitschriften, Seiten und Doppelseiten. Die Sie früh laminiert haben. Die haben wir laminiert. Also ein historisches Bewusstsein hatten Sie von Anfang an oder Sie beide. Nein, das hatte auch so etwas ganz Eigenes, weil ab und zu jemand sagte, wir haben da einen Kunden, der hat ein neues Bier, der möchte gerne, dass wir Bier fotografieren, irgendwelche neue Kampagnen, was weiß ich. Und wir haben dich vorgeschlagen, der möchte aber wissen, ob du Bier fotografieren kannst. Und da ich ja mindestens für 30 oder 40 Bierkunden in meinem Leben gearbeitet habe, habe ich also dann Bier rübergeschickt, laminierte Dinge. Und der Kunde sagte nur, okay, ja, gut. Okay, jetzt verstehe ich das mit dem Laminieren. Ja, aber das ist sozusagen ein Belege, um nicht zu akquirieren, das mussten wir nicht, aber um zu beweisen, dass wir es auch können. Also das Spannende ist wirklich, wenn man durch dieses Archiv virtuell jetzt durchgeht, das ist natürlich ein westdeutscher Blick, muss man auch sagen. Das ist sozusagen die Konsumwelt aus Westdeutschland. Das ist hochinteressant insofern. Und ich denke, es gibt sicher auch ein vergleichbares Objekt der DDR-Zeit. Das wäre sehr schön, weil das alles zusammen natürlich... Aber das Spannende ist ja wirklich, wir haben eine Kulturgeschichte der 70er, 80er, 90er Jahre. Und was man auch ja eben feststellt, dass manchmal eben genau diese hochgradig inszenierte Form der Werbefotografie viel mehr über eine Gesellschaft und über einen bestimmten Zeitgeist aussagt, als jede bildjournalistische Reportage. Ja, natürlich. Also das sieht man natürlich heute, mit unserem heutigen Blick ist das halt spannend, dass man halt einfach nochmal die Wünsche und Träume vielleicht viel eher nochmal versteht, die sozusagen auch durch diese Fotografie nochmal angeregt wurden, aber dann eben durch ihre Fotografie auch befriedigt wurde. Es war natürlich immer eine Sehnsuchtsfotografie. Ja, das ist es sicher. Aber ich weiß nicht, für mich unbedingt eine Sehnsucht... Na, Sie müssen das ja schon verstanden haben, was man triggern muss, um... Ich habe gesagt, und das ist so ein Satz, den ich gerne sage. Wir freuen uns, dass mit unserer Arbeit auch in 100 Jahren ein Fenster in die Vergangenheit gelöffnet bleibt. Nicht nur mit unserer, jetzt auf die Fotothek bezogen, mit der gesamten Arbeit, die Sie hier von Fotografen schon haben und auch noch hoffentlich bekommen wird. Ich glaube, das wird sich sowieso nochmal verändern, wenn sozusagen, also ich sage mal, meine Generation schaut sozusagen auch in die Vergangenheit, weil das ist der Stern oder die Magazine der 70er, 80er Jahre, die man dann angeschaut und man dann eben auch erschreckt ist, wie alt man ist. Aber wer jetzt geboren ist, wird von dieser Zeit wenig verstehen und wird sich dann vielleicht nochmal über ganz andere Dinge Gedanken machen, wie sozusagen Geschlechterverhältnisse sind, wie Männer, Frauen auf diesen Bildern agieren, welche Produkte für wen inszeniert werden. Und wirklich diese unglaubliche Spießigkeit der Kaffeedamen und der Waschmitteldamen, die schlägt einem da entgegen und das sagt eben vielleicht viel mehr aus über die Gesellschaft als eben andere Dinge. Absolut richtig. Das finde ich auch total spannend, wenn ich jetzt durchgehe und es angucke. Und ja, es ist so. Toll. Also das kann man sozusagen jedem nur ans Herz legen, denke ich, einfach durch dieses Archiv zu gehen. Und das Archiv ist ja auch nicht, ist natürlich die einzelnen Aufnahmen, wenn man sie rausnimmt, sind viele Fotos, die fotografisch interessant sind und gute Fotografie sind. Das Spannende ist natürlich im Kontext, mit Text, mit dem Produkt. Das ist eigentlich das, was es ausmacht. Und deshalb haben wir das auch rübergegeben, weil es gab Leute, die uns gesagt haben, macht das bloß nicht, ihr seid sowieso verschrien als Fotografen, Werbefotografen und die taugen nichts. Das ist eine sehr deutsche, westdeutsche Art, mit Sachen umzugehen. Amerikaner sehen das anders. Es gibt ja weltberühmte Fotografen, die auch nur Werbung gemacht haben. Aber das Tolle ist, wir haben es gemacht, weil wir eben dieses Stück Zeitgeschichte darin sehen. Und die Möglichkeit, die Zeit zu analysieren. Und das ist genau das. Das ist auch spannend. Ich meine, die meisten... Das wollten wir der Fotothek nicht vorenthalten. Nein. Und den Leuten, die sie besuchen vielleicht und sehen wollen. Und sie nachkommen oder wie auch immer. Genau. Ja, klar. Vielleicht, um jetzt das rund zu bekommen, ganz am Anfang, das hätte ich eigentlich bei der Vorstellung in der Biografie schon sagen wollen, dieses Zucken, wenn man sie als Werbefotograf vorstellt, ist natürlich aber bedingt durch eine sehr eindimensionale Sicht darauf. Und dann haben sie immer gesagt, dass sie sich als eigener Kunde immer verstanden haben, haben der eben unabhängig von Erwartungen seiner Auftraggeber für jedes seiner Produkte einen neuen Look entwickelt hat. Und das ist dann eben egal, ob freie Arbeit oder eben Aufnahme. Aber es hat natürlich eine ganz andere Zeitbezogenheit. Also natürlich bei den Werbeaufnahmen sehen wir dann immer Jakobskrönung oder andere Dinge. Und bei der Serie, die wir hier sehen, haben wir eben diese unglaubliche Zeitlosigkeit. Dieses Motiv des Zivilisationsmülls, das wird uns ja auch in Zukunft noch mal ganz anders beschäftigen. Also die schweben hier drinnen im Raum, die schweben im Wasser so, zeitlos, haltlos. Nein, und es wird natürlich immer dichter. Es wird immer mehr geben. Ich hoffe nicht. Also ich denke, es wird schon weniger geben. Es wird auch schon weniger. Sie haben Hoffnung. Ja, doch, doch, doch. Also selbst als wir in Griechenland waren, haben wir einem Griechen guten Freunden gesagt, guck mal, der ganze Müll, der auf den Straßen hier liegt, warum sammelt ihr das nicht ein? Ihr könnt das recyceln, da könnt ihr Geld verdienen. Ich sagte, als Christian, ein Griech, hier fasst doch keinen Mülladen. Das ist, ja, heute recycelt sie schon. Und heute machen sie es anders. Natürlich, alles, was sozusagen in Europa, in das Meer gekippt wird, kann einen dann auf der anderen Seite des Ozeans an. Und wir wissen heute alle, dass Mikroplastik überall ist und so weiter. Und es eben auch unumkehrbar bestimmte Verschmutzungen gibt, mit denen sich die folgenden Generationen ganz anders auseinandersetzen müssen. Und deshalb, glaube ich, ist so eine Serie auch nochmal ein anderer Blick. Also über diese, ja, einfach mit dieser faszinierenden Farbigkeit und einfach dieses erst mal an die Dinge herangeführt werden, um dann sozusagen mit der kleinen Keule dann nochmal nachzuschlagen, um ein Bewusstsein zu verändern. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Danke. Ja, das heißt, an diesem Punkt können wir, glaube ich, hoffen, dass vielleicht noch weitere Serien sichtbar werden, öffentlich sichtbar werden. Momentan sind wir halt jetzt auf das digitale Archiv zurückgeworfen. Aber dort gibt es viel zu entdecken und es wird ja auch weiterhin Aufstellungen geben und weitere Projekte geben. Und daraus können wir uns, glaube ich, alle sehr freuen. Wir haben eine große Schlage mit irrsinnig vielen Großvergrößerungen. Ich weiß nicht, wir haben neulich mit Sebastian Lux, waren wir dort, wie viel haben wir gezählt? 400 irgendwas. Und wir wissen nicht, wohin damit. Also das ist eine Aufforderung jetzt an Jens Bove, hier mal anzubauen. Und ja, er sagte ja, es wird angebaut, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Wir versuchen das in Hamburg mit der Stiftung FC Gunther irgendwo unterzubringen, schon weil das lagert was und viel Geld in Lübeck. Das ist zwar sehr gut, alles ordentlich und sicher. Aber was eben so großartig ist, dass Sie die Möglichkeit haben, aber über das Erbe nachzudenken und eben sehr selbstbewusst zu entscheiden, was damit passiert. Und das ist eben selten für Fotografen, die so klar selber sich erst mal auch trennen können und wollen und auch die Chance haben, das zu verweilen. Ich glaube, man muss, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass alles endlich ist, für einen selbst auch, dann weiß man nicht, was hat man, was will man damit, wer kann was gebrauchen, wie auch immer, wo ist es gut untergebracht. Oder besonders unsere Arbeit ist natürlich unser Baby und das haben wir gut untergebracht. Gut, dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank auch an Helga von Alvinsleben, die, wie gesagt, auch, glaube ich, ganz viele Sachen noch hätte einbringen können. Und das muss man, glaube ich, auch für alle, die es, ich glaube, die meisten wissen es ja, dass es eigentlich ein Powercouple ist, dass die beiden zusammengehören und Helga von Alvinsleben weit mehr ist. Gibt es noch ein Kameraschwenk, dass man überhaupt sieht, wie sie aussieht? Wir können sie ja ins Bild holen, ganz elegant. Nein, nein. Also vielen Dank, Helga von Alvinsleben, Christian von Alvinsleben. Danke sehr. Es war mir wie immer ein Vergnügen und wir setzen das fort. Ja, ich bedanke mich auch für dieses, wirklich, ich habe es nicht anders erwartet. Ein schönes Gespräch. Jetzt haben, glaube ich, alle auch ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, sich Fragen zu überlegen. Vielleicht gibt es ja noch aus dem Publikum Fragen, die wir nicht oder die wir beantworten können, aber auf die wir noch nicht gekommen sind. Ich gucke mal so in die Runde. Das ist immer so mit der ersten Frage. Sie müssen keine Fragen stellen, um Gottes Willen. Die Fragen kommen beim Nachhausegehen. Wenn ich irgendwo sitze und es wird, das heißt, Sie können, haben Sie eine Frage. Oh Gott. Das hätten wir besprechen müssen. Wir hätten eine erste Frage beauftragen müssen. Ich habe noch einen ganzen Stapel von Fragen natürlich, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Wird man was? Ja, natürlich. Christian Juppe, Selbstfotograf. Also ich habe eine Frage bezüglich, Sie kommen ja aus einer Zeit, wo noch Mittelformat, Großbrit, Polaroid, das kennt ja manche Kerl. Ja. Da waren die Honorare auch noch gut. Was sehen Sie denn? Wird sehr gut. Wie sehen Sie denn die Fotografie heute? Ist das impressionär, dass jeder kann fotografieren, die Kreise sind bezüglich der Honorare? Ja, das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe und zwar für, eigentlich ist es ein Ergebnis, wir hatten in den, ja, das war im Museum Volkwang, war mal eine Ausstellung Werbung, da waren Hans Hansen, Reinhard Wolf, von mir arbeiten und ein Professor Schmalriede, ich weiß nicht, ob hier irgendjemand noch geläufig ist, der war, ich weiß nicht in welcher Uni, aber kann ich jetzt auch in Ulm, aus Ulm kam er, genau. Und der Schmalriede sagte, es ist so, wir haben an unserer Hochschule unwahrscheinliche Anfragen, jeder möchte Fotografie machen. Und wir haben, wenn wir davon ausgehen, dass wir tausend Fotografen in Deutschland in Hochschulen ausbilden, im Design, in den Designklassen oder wie auch immer, schaffen das drei. Was macht der Rest, sagt er. Ich kann zurückblickend nur sagen, dass jedes Jahr höchstens drei irgendwo beruflich das überhaupt machen können. Entweder arbeiten sie dann festangestellt beim Spiegel oder sie sind freie Reporter oder sie machen, arbeiten als Assistenten in einem Großstudio, in dem Werbefotografie oder Neckermann Studios, was weiß ich. Ganz wenige arbeiten als Assistenten bei Leuten wie bei mir, ich hatte glaube ich über 40 Assistenten in meiner Laufbahn. Und da kann ich auch sagen, es gibt eigentlich von diesen 40 Assistenten gibt es nur drei, die übrig geblieben sind. Das ist Olaf Tamm, er war nicht der Assistent bei mir, aber ich kannte ihn sehr gut, Olaf Tamm, aber er ist ein Fotograf. Aber dem geht es, also wie allen anderen heute, nicht gut. Naja, wir sprechen hier über den. Sie haben einen wunderbaren Blick, sie machen eigene Arbeiten, eigene Themen verfolgen sie. Wenn man sie sieht und wenn sie die Möglichkeit haben, sie auszustellen, das ist hinreißend und ich bewundere das, finde ich ganz toll. Also ja, nein, das ist ganz schwierig geworden. Es gibt zu viele Fotografen, es gibt die digitalen Spielräume, haben alles geöffnet. Das Handy hat alles zerrissen. Ja, aber ich glaube, was geblieben ist, dass sich nur die wenigsten wirklich durchsetzen, weil sie eine eigene Bildschirmware haben. Das ist geblieben, ja. Und es ist immer möglich, für wenige sich durchzusetzen. Ich meine, wir sprechen hier über die goldenen, in Anführungszeichen, Jahre des Positives. Es sind wirklich die goldenen Jahre, auf die ich komme, ja genau. Und heute ist es halt... Das Römische Reich. Die Dekadenz. Ja, Fotografie, die Dekadenz, natürlich. Ich glaube, die Frage können wir dann aber natürlich nicht erschöpfend beantworten. Nein. Was soll ich sagen? Also ich habe versucht, lange Zeit noch auch mit Filmen zu arbeiten. Und dann wurde ich mal gefragt, können Sie mal sagen, was ist für Sie der Unterschied zwischen digitaler Fotografie und analoger Fotografie? Und ich habe auch eine Digitalkamera schon gehabt. Da habe ich gesagt, finden Sie, Digitalkamera, digitale Fotografie ist so, es gibt den Punkt A nach B. Ich setze mich in mein Auto. Das Auto ist ein Audi A8, airconditioned. Ich fahre durch diese Wüste. Es ist kühl. Ich bin schnell da. Analog. Ich setze mich auf ein Motorrad. Ich fahre die Nebenstrecke. Ich fahre über die Hügel. Ich fahre, es regnet. Es ist heiß. Es ist staub. Ich muss mal anhalten. Irgendwas. Denkst du so, ich komme an, aber ich fühle mich viel besser. Das habe ich so erzählt. Und nun heute ist es schon schwierig geworden mit dem Analogen. Und ich versuche aber, wenn ich digital arbeite, dass ich auch Studenten aus Warschau in Zingst übrigens gesagt habe, die meine Arbeiten dort sahen. Und die sagten, ja Mensch, wir kommen aus einer Hochschule und wir arbeiten und jeden Tag haben wir ein neues Thema. Und dann fangen wir an und dann versuche ich da die Bilder zu verändern und so weiter. Und ich sage, weißt du was, es ist egal, ob du mit Film oder digital arbeitest, mach dein Foto, tu so, als wäre es nur ein Film. Mach das Foto gleich richtig, dass es so bleiben kann, auch digital so bleiben kann. Dann hast du erst mal dein Basisfoto und dann bist du Fotograf. Alles andere ist Grafik, das ist Arbeit, das ist Computerarbeit, das ist Design, das ist was anderes. Und ich glaube, ein, zwei Leute sagten, da hast du recht. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal. Wir versuchen sauber und ehrlich einfach nur ein Bild zu machen. Und was würden Sie Studenten sagen, wie sie ihre eigene Bildsprache finden sollen? Weil das ist ja das Entscheidende, dass man sich sozusagen abhebt, dass man sozusagen wiedererkennbar wird, dass man sozusagen etwas Eigenes produziert. Gibt es da noch einen Tipp? Ich glaube, die lassen sich erstens gar nichts mehr sagen. Haben Sie sich was sagen lassen? Nee, auch nicht. Vielleicht ist das gut an den Studenten, dass sie sich nichts sagen lassen. Nein, das wäre schwierig. Also ich wüsste nicht, wie ich sie belehren sollte. Also ich würde nur sagen, mach das, was ihr seht. Und wenn ihr auf dem Bild das habt, was ihr gesehen habt und das immer noch wiederfindet, dann ist das schon mal gut. Ja, dann haben Sie nichts falsch gemacht. Nee, genau. Gut, dann lassen wir das so stehen. Vielen Dank. Okay. Tja, vielen Dank. Ja. Jetzt mache ich erst mal. Jetzt mache ich erst mal. Ja, ich habe das so stehen. Ja, dann kann ich dir das so stehen. Nein, ich habe das so stehen. Danke. Ja, da habe ich erst mal. Ja. Vielen Dank.